Achtung jetzt! Sie haben immer noch den Ball. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klassen... Reus. Ja, so kann es gehen, da ist das Tor. Und man hat wieder gesehen, wie man so einen Abwehrriegel aushebeln kann, wie man auch gegen so ein Defensiv... Das ist Shaqiri. Was für eine Technik, mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Jetzt wird es gefährlich. Ilkay Gündoar. Tor! Gündoar trifft! Wieder mal, ein tolles Tor. Das ist schon beeindruckend. Thomas Müller. Gute Chance! Im Grunde müssen Sie dadurch hier die Führung weiter ausbauen, oder? Ja, Logo, den müssen Sie machen, dann können Sie das Ganze hier deutlich entspannen. Serge Gnabry. Ein fantastischer Treffer! Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Ein guter Block hier. Leon Goretzka. Da ist er jetzt durch. Gnabry. Tor für die DFB-Elf. Das ist ein sehr guter Tor. Das ist ein sehr guter Tor. Tag zum Beispiel. Da ist es dann, was es war. Tisschen. Tisschen, was ich da? Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018